Expecto Patronum, Kapitel 46 Ein Gewitter braut sich zusammen Lilly war seit Tagen ausgepowert und vollkommen überlastet. Die Ballvorbereitungen, dazu die Hausaufgaben und die Tests, die beinahe täglich stattfanden, hatten ihren Teil getan und die Schulsprecherin an den Rand ihrer Kräfte gebracht. So war es auch geschehen, dass sie in der letzten Stunde Verwandlung ihren Federkiel hingeworfen hatte, aufgesprungen war und aus dem Zimmer gestürmt war, eine verwirrte Professor McGonagall, einen besorgten James und eine lachende Ellie zurücklassend. Lilly hatte sich danach eine halbe Stunde in ihrem Bad eingeschlossen und ihren Schokoladenvorrat aus dem Honigtopf aufgegessen, bevor sie sich wieder der bitteren Realität stellte. Nachdem sie allen erklärt hatte, dass bei ihr nur eine Sicherung durchgebrannt war und sich bei McGonagall entschuldigt hatte, fanden sie es natürlich sehr witzig. Für sie war es eine Seltenheit zu sehen, dass Lilly Evans etwas nicht packte und einfach hinschmiss. Außer James, der Lilly immer wieder verstohlene Blicke zuwarf, hatten alle den kleinen Vorfall bis zum nächsten Tag wieder vergessen. Beim Frühstück hatte Ellie, Lilly und James mit einem riesigen Grinsen im Gesicht weggezogen und erzählt, dass Remus zu dem Doppeldate zugesagt hatte. »Es freut mich, Ellie, aber hast du dir schon mal überlegt, wann das stattfinden soll?« fragte James vorsichtig. »Na ja, beim nächsten Hogsmeade-Ausflug, oder nicht?« antwortete sie gelassen und die beiden Schulsprecher tauschten einen Blick miteinander. »Der ist erst Anfang März«, sagte Lilly und sah, wie Ellies Lächeln langsam von ihrem Gesicht tropfte. »Was? Aber ich dachte, der ist bereits nächste Woche!« James schüttelte mit zusammengekniffenen Augen den Kopf. »Nein, wie kommst du denn darauf? Das nächste Hogsmeade-Wochenende ist erst für das erste März-Wochenende angesetzt.« Ellie warf den Kopf in den Nacken und pustete frustriert Luft aus. »Oh Mann, dann muss ich ja noch so lang warten!« Ihr Blick litt zu Lilly. »Tu was!« Während James leise lachte, zog Lilly eine Augenbraue nach oben. »Und was? Ich kann die Zeit leider nicht beschleunigen und ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass es noch etwas Zeit ist. Ich bin so im Stress, ich wüsste gar nicht, wie ich das noch dazwischen schieben sollte.« Eine warme Hand griff nach ihrer und James schenkte ihr ein beruhigendes Lächeln. »Du solltest dir vielleicht eine bessere Zeiteinteilung zulegen.« sagte er rau und küsste ihre Wange. »Ansonsten gibst du mir noch um.« Lilly seufzte und betrat dann zusammen mit James und Ellie die große Halle. »Du hast wahrscheinlich recht, aber ich muss das alles fertig machen. Dazu kommen noch die andauernden Briefe von Petunia und meiner Mutter wegen der Hochzeit. In jedem Zweiten fragt sie nach, ob ich dann auch wirklich komme oder nicht doch schon meine Pläne für eine Auswanderung bereit habe.« James lachte leise auf. Dann setzte er ein ernstes Gesicht auf. »Hast du deinen Eltern schon von, naja, von uns erzählt?« fragte er und deutete auf den goldenen Ring an ihre Hand. Lilly schüttelte trübe den Kopf. »Nein, ich will sie im Moment nicht noch mehr damit belasten. Meine Mutter würde sofort herkommen. Ich kenne sie. Sie haben alle Hände voll mit Petunias Hochzeit zu tun. Da will ich ihnen nicht noch mehr Gedanken machen, was ihre andere Tochter so auf Hogwarts treibt.« In James' Augen blitzte Kurz Enttäuschung auf. »Hey, ich werde es Ihnen schon sagen«, sagte Lilly und drückte seine Hand. »Aber im Moment ist das wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt, weißt du?« Seine Mundwinkel zuckten kurz nach oben, dann entspannten sich seine Gesichtszüge wieder. »Ich weiß ja. Tut mir leid, ich wollte nicht. Du weißt schon.« Lilly stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen, und flüsterte dann in sein Ohr. »Schon okay.« Wie es aussah, war Lilly aber nicht die Einzige, die einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. Beim Abendessen erzählte ein Gryffindorf-Hirtklässler, dass anscheinend drei aus der sechsten Klasse bereits von Madame Pomfrey einen Beruhigungstrang verpasst bekommen hatten, weil sie wohl schreiend in Kräuterkunde zusammengebrochen waren. Zudem gab es wohl auch in den unteren Klassenstufen einige Schüler, die dem ganzen Druck nicht gewachsen waren. Darunter auch eine Hufflepuff-Erstklässlerin, die von den Wiederholungen und dem Prüfungsstress andauernde Kopfschmerzen bekommen hatte und eine Woche im Krankenflügel bleiben musste. Entgegen Allys Befürchtungen verging der Februar wie im Flug. Und als hätte jemand einfach einige Tage im Kalender übersprungen, war der März schon eingetroffen. Die Tage vor dem Hogsmeade-Wochenende hatte Lilly es aufgegeben, überhaupt zu versuchen, ein normales Gespräch mit ihrer besten Freundin zu fühlen, denn diese war unglaublich hibbelig und konnte von nichts anderem mehr reden. Deswegen hatte die Schulsprecherin sich auch am Freitagabend schnell in ihr Zimmer zurückbegeben, um noch schnell einige Hausaufgaben zu erledigen. James hatte sie, wenn auch gegen Protest, bei Ellie gelassen, damit er sie auf andere Gedanken bringen konnte. Mit der Zeit begannen Lillys Augen jedoch zu brennen und sie konnte sich nicht mehr auf ihre Aufgaben, geschweige denn auf das Pergament vor ihr, konzentrieren. Sie streckte ihre Arme durch und ging dann zum Fenster, welches auf die Ländereien und hinüber zum Dorf zeigte. Die Sonne war längst untergegangen und ein dunkler Schatten hatte sich über die Welt wie eine Decke gelegt. Im Hintergrund stachen nur einige kleine Lichtpunkte hervor, die aus den Häusern des Dorfes stammten und den Ganzen einen unheimlichen Anblick verliehen. Als Lilly sich umdrehte, stieß sie prompt gegen jemandes Brust und schrie erschrocken auf. »Oh, Lilly, beruhige dich. Ich bin's nur«, rief der jemand, den sie als James erkannte. Lilly schlug ihm gegen den Arm. »Schleich dich doch nicht so an mich ran«, fauchte sie. James hob eine Augenbraue. »Angeschlichen? Ich hab gegen deine Tür geklopft und bin dann beinahe über deinen Stuhl gestolpert, den du genau in den Weg gestellt hast. Wie kann man das Anschleichen nennen?« James schüttelte den Kopf und legte dann eine Hand an ihre Stirn. »Ehrlich mal, du übernimmst dich viel zu sehr«, sagte er dann leiser und sanfter. »Das bekommt ihr nicht gut, Lilly.« Die Schulsprecherin seufzte erneut und lehnte sich dann gegen ihn, während er einen Arm um ihre Schulter legte. »Ich weiß, aber ich muss das alles machen. Ich muss diese Prüfungen gut bestehen und ich muss auch meine Hausaufgaben machen und die Vorbereitungen für den Ball und das alles.« James unterbrach sie, indem er ihr einen Finger an den Mund legte. »Jetzt entspann dich erst mal, Lilly. Die Prüfungen beginnen erst in drei Monaten. Du hast noch genug Zeit zum Lernen. Gegen Hausaufgaben kann ich nichts sagen, aber du solltest nicht bei allen immer das Doppelte leisten wollen, was verlangt ist.« Ein kleines Grinsen stahl sich auf seine Lippen. »Und was den Ball angeht, was willst du noch groß vorbereiten? Die Deko ist fertig geplant, die Musik gebucht, für Essen und Getränke ist auch gesorgt. Mehr brauchen wir nicht, Lilly. Also, du legst dich jetzt hin und schläfst dich mal aus, damit wir morgen in aller Frische nach Hogsmeade gehen können. »Was? Das ist schon morgen? Oh, Merlin, ich weiß doch gar nicht, was ich anziehen soll!« James schloss kurz die Augen. Dann atmete er geräuschvoll aus. »Ach, du gehst jetzt sofort ins Bett, junge Dame. Hast du mich verstanden? Es ist egal, was du anziehst. Du könntest in einem Kartoffelsack herumlaufen und würdest noch wunderschön sein. Also.« Weiter kam er nicht, denn Lilly hatte ihre Arme um seinen Nacken gelegt und ihn geküsst. Zuerst etwas überrascht, küßte er sie zurück und schloss dann die Augen, während die Kerze auf Lillys Schreibtisch ihr letztes Wachs aufbrauchte und dann flackernd ausging. Der nächste Morgen brach kühl und klar an. Lilly wusste nicht mehr so recht, wie sie es im Dunkeln ins Bett geschafft hatte, aber sie hatte das Gefühl, dass James, der noch immer tief schlafend neben ihr lag, den Mund leicht geöffnet, etwas damit zu tun hatte. Ein Blick auf den Wecker auf ihrem Nachttisch ließ sie aufstöhnen. Es war nicht einmal Zeit zum Frühstück. Warum also war sie schon wach? Das Fenster war auch zu, also konnte es nicht an der kalten Luft liegen. Apropos Fenster. Etwas saß davor und schaute sie mit vorwurfsvollen braunen Augen an und legte dabei den Kopf immer wieder schief. Es war eine kleine Eule mit einem Brief im Schnabel, die immer wieder gegen die Scheibe klackte. Aus Angst, dass James auch noch aufwachen könnte, warf Lilly die Decke von sich und tapste dann barfuß über den Holzboden, um das Fenster einen Spalt zu öffnen, ohne es dabei quietschen zu lassen. Die Eule schuhute leise, als sie ihr den Brief abgenommen hatte, und flog dann, ohne noch einen Blick an Lilly zu verschwenden, wieder davon. Etwas irritiert schloss sie das Fenster wieder und ließ sich dann auf ihrem Schreibtischstuhl nieder. Mit einer schnellen Handbewegung hatte sie den Brief geöffnet und das Blatt Papier darin hervorgeholt. Zuerst dachte sie, er wäre von Petunia, die ihr erneut die Farben für die Blumensträuße mitteilen würde, doch dann wurde sie aufgrund der etwas hastigen Schrift eines Besseren belehrt. Liebe Lilly, du hast wohl kaum erwartet, einen Brief von mir zu bekommen, aber ich dachte mir, ich sollte dich auch mal nerven. Außerdem hat meine Eule schon seit Wochen nichts mehr zu tun und sie wird langsam ungeduldig. Ich verstehe einer dieses Tier. In der Schule hat sie sich geweigert, auch nur einen Brief zu überbringen. Und jetzt zwingt sie mich beinahe dazu. Naja, egal. Ich schweife schon wieder ab, oder? Das ist wie in meiner Weihnachtskarte an Onkel Albert gewesen. Da hab ich auch. Ich tue es schon wieder, tut mir leid. Nun, der Grund, weswegen ich dir schreibe, ist eigentlich ganz einfach. Deine Mutter hat dir bestimmt auch schon erzählt, dass sie mich über die Sommerferien... Oder... Warte, dann sind es ja keine Ferien mehr, wenn du auch mit der Schule fertig bist. Ach, ist auch egal. Jedenfalls wollte sie mich im Sommer einige Wochen zu euch einladen. Wenn Petunia eh auszieht und da ich weiß, dass du derzeit in Hogwarts bist und wahrscheinlich bis zum Hals in Hausaufgaben steckst, da dachte ich mir, ich schreibe dir auch eine Antwort. Meine Mutter war beinahe erleichtert, als ich ihr erzählt habe, dass ich ein paar Wochen weg bin. Sie hat mir sogar angeboten, mich zu fahren. Ach so, ich wollte ja eigentlich sagen, dass ich zu euch komme. Nun, das hab ich ja jetzt. Manchmal komme ich wirklich nicht auf den Punkt, tut mir leid. Meine Eule hetzt mich auch noch, sie will unbedingt losfliegen. Wer weiß, sie hat bestimmt noch eine andere Familie neben mir und verbringt ihre Zeit lieber dort. Liebe Grüße und auf, dass wir uns bald wiedersehen. Linnea. PS. Nerven dich Petunias Briefe auch so sehr? PPS. Müssen die eigentlich so nach Parfüm riechen? Jeder Einzelne. P-P-P-S? Ich mach es schon wieder. P-P-P-P-S? Ciao, Lieblingscousine. Lilly musste über Linneas Brief schmunzeln. Ihre Cousine hat es wirklich noch nie geschafft, in Briefen auf den Punkt zu kommen. Und noch dazu schrieb sie unglaublich ausfallend und so, als würde sie wirklich mit jemandem reden, der ihre wirren Gedankengänge verstehen konnte. Sie legte den Brief beiseite und streckte ihre Gliedmaßen durch. So wie sie Ellie kannte, war diese auch schon wach und rannte wahrscheinlich gerade wie von der Akromantula gestochen durch den Schlafsaal, um etwas Passendes zum Anziehen zu finden. Wie schade, dass sie nicht auch jemanden hatte, der ihr sagen konnte, dass sie auch einen Kartoffelsack anziehen kann. Aber Lilly würde James auch nicht teilen. Um Viertel vor zwölf, nachdem sowohl Lilly als auch James sich angezogen hatten, verließen sie die Schulsprecherwohnung. Eigentlich wollten sie sich schon früher mit Ellie und auch Remus treffen. Aber Lilly war irgendwann wieder eingeschlafen und James war sowieso ein Langschläfer. Also hatten sie etwas Verspätung. Vor der großen Halle warteten die beiden bereits und trauten sich wohl kaum, sich gegenseitig anzublicken. Auch der Abstand zwischen den beiden war wesentlich größer als sonst und Lilly war froh, dass sie diese Phase mit James direkt übersprungen hatte. Bevor sie jedoch ihre beiden Freunde begrüßen konnten, eilte Professor McGonagall aus der Halle und blieb überrascht vor dem Schulsprecherpaar stehen. Miss Evans! Mr. Potter! Merlin, sei Dank! Ich erwische Sie noch! sagte sie atemlos und einige schwarze Haarsträhnen fielen ihr ins Gesicht. Was ist denn los, Professor? fragte Lilly besorgt, denn sie hat ihre Hauslehrerin noch nie so aufgewühlt gesehen. Ich fürchte, es gab einen Angriff auf das Dorf, sagte sie hektisch und Lilly atmete erschrocken ein. Einige Schüler sind schon dort gewesen und ich brauche jemanden, der das Ministerium verständigt. Wir brauchen einige Unterstützung. Sie beide müssen mit mir kommen und... Weiter kam sie nicht, denn eine rauchige Explosion hatte den Horizont eingenommen und ihre Aufmerksamkeit auf das offene Eingangstor gezogen, von welcher man dicken, schwarzen Rauch am Himmel erkennen konnte. der Spiral für mich in die Höhe trieb. Allie hatte die Hand vor den Mund geschlagen, doch James und Lilly hatten ihre Zauberstäbe gegriffen und blickten nun McGonagall an. Gehen Sie voran, Professor, sagte James und die Hexe nickte, bevor sie zur großen Treppe ging und die Stufen hinauf lief. Das mit dem Date verschieben wir, rief Lilly über ihre Schulter, während sie und James ihrer Lehrerin folgten. Vorher 지금 mir war das in die Höhe trieb, also mit der Höhe trieb. schwarzen höchste Schwarz und Schwarz diese Schwarz und Vielen Dank.